Nach Katar aus, wünscht sich Sindermann neue Freundin? Ist Erik Sindermann, 34, mittlerweile bereit für eine neue Liebe? Der reelle DTV-Star hatte in der vergangenen Staffel von Das Sommerhaus der Stars für Aufsehen gesorgt. Vor laufender Kamera hatten sich der Modedesigner und seine Freundin Katharina Hambüchen getrennt. Nach dem Liebesaus lieferten sich die beiden eine öffentliche Schlammschlacht. Wünscht sich Erik trotz der ganzen Geschehnisse nun eine neue Partnerin? Darüber sprach er jetzt. Auf Instagram stellte sich der 34-Jährige nun den Fragen seiner Community. Ein Fan wollte dabei von ihm wissen, ob er gerne wieder in einer Beziehung wäre. Ganz klar, nein. Ich habe große Bindungsängste und vertraue keiner Frau mehr so richtig. Gab er Eich zu. Erik glaube, es werde noch eine ganze Weile dauern, bis er wieder bereit für eine neue Partnerin sei. Habe das Gefühl, dass keine Frau, die ich in letzter Zeit gedartet habe, ernsthaft an mir interessiert war, führte er weiter aus. An Deletting-Angeboten scheint es jedenfalls nicht zu mangeln. Erst im Oktober hatte der Handball-Profi im Interview mit Promi Flash ausgeplaudert. Dass in seinem Liebesleben ziemlich viel los sei, ich bin auf Tinder vertreten. Instagram überall. Ich treffe mich viel mit Frauen, ich habe Spaß. Ich finde auch, das habe ich mir jetzt gerade verdient. Anführungszeichen